So, dann wollen wir mal weitergucken, wie es hier vorwärts geht in Rainbow Six Vegas. So Freunde, ich hoffe ihr kommt mit, meine beiden Jungs meine ich natürlich. Hier sieht es erstmal relativ sicher aus. Sehr schön. Genau, wir setzen erstmal einen Schalldämpfer auf. Und wir gehen auf den Infiltrationsmodus über. Und jetzt versuchen wir mir hier ein bisschen... Das ist schon mal nicht so gut, denn ich sehe ihn nicht. Oh, da ist es... Ist er das? Ne, da oben. Da ist er. Schön, dass man veraimt. Da oben ist der Nächste. Den haben wir. Aber wir wurden noch nicht entdeckt. Da hinten habe ich auch noch einen rumschleichen sehen. Ähm, okay, hier können wir nicht direkt runterspringen. Jungs, folgt mir einfach mal unauffällig. Okay, ich sehe keinen. So, ihr geht schon mal runter, die Treppe. Feuer, Jungs. Jetzt raus hier. Scheiße, jetzt haben sie uns natürlich entdeckt hier. Ach, durch das Rumgebratze werden sie genau alle auf uns aufmerksam. Okay, Jungs, hier rüber in Deckung gehen. Kannst du mal rumspotten? Okay, der ist wahrscheinlich dahinter. Wir haben hier noch eine... Okay, Splitterkarte haben wir nicht. Dann blendet man einfach mal den Rücken vor. Hoppala. Okay, Jungs. Den haben wir... So, Jungs, vorrücken. Den Schalldämpfer, den lassen wir trotzdem mal drauf. Oha. Ich kann hier nicht anvisieren, hier. Okay, wir haben beide. Oder? Ne, aber nicht. Okay, gib mal Sperrfeuer her. Geht mal eliminiert, dann ist er doch jetzt fertig, oder was? Jawohl, der ist hin. Jawohl, gib mal Deckung. Michael muss hoch. Okay, Jungs. Ja, klar, natürlich. Stehe ich immer im Weg. Zum Glück standen wir da nicht mehr. Alles rosa. Sehr gut. Oha, da oben haben wir ihn. Oha, Mann. Der ist hinüber. Die sehen auch irgendwen hier. Sehr gut. Das klappt doch. Da unten haben wir den nächsten. Da unten ist noch einer. So, Jungs. Ich hab mal vorgeblendet. Ob's was gebracht hat, weiß ich nicht. Scheiße. Heidelitzka da oben. Wo geht er denn lang? Was macht denn er für einen Spaziergang da drüben? Alter, was macht ihr denn? Ihr sollt hier rüberkommen. Seid ihr denn... Ich versteh's nicht. Warum rennen die denn da drüben rum? So, jetzt haben wir den. Ich glaub, das war's. Ach hier, die wollten die Leiter nehmen. Na gut, da haben sie recht. Das ist der kürzeste Weg, ne? Kann ich nix sagen. Hab ich aber schon. Also, Michael, mit dir muss ich mal nach dem Einsatz hier ein Wörtchen reden. Das geht ja gar nicht. Du wirst hier ganz schön aufmüpfig. Okay, nochmal Granaten einsacken. So. Sehr gut. Wieder die vollen Splittergranaten und den Schalldämpfer wieder aufsetzen. Drauf schrauben. Sieht erst mal sicher aus hier. Oh, oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich unsere Jungs runterschicken. Ah, da liegt einer von uns. Nein, da sind eine Brille. Ich schieße auf mich. Richten. Stirb jetzt. In Position. In Position. Wer ist denn das? In Position. Ach, ist... Ich versteh's nicht. Ist das der am Anfang im Spiel? Oder ist das ein Teamkollege gewesen? Oder... Ach, perplex. Oh, 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 oh. Ja, wollen wir jetzt die ganze Zeit hier drücken, oder was? Bleib bei uns, Kahn. Ich brauche eine Kompresse. Ich brauche mehr Verbandsmaterial. Du siehst gut aus, Komponente. Logan. Du lebst. Das macht mich froh. Du, glaube ich, nicht mehr allzu lange. Vegas ist nicht... Oh, das Ziel. Es gibt ja was Größeres. Weiß nicht wo. Vegas war nur... Eine Ablenkung. Um das Militär vom echten Ziel abzulenken. Ein militärisches Ziel. Okay, vom echten Ziel. Und wo dieses echte Ziel ist. Wenn wir herausfinden, was macht ihr denn lieber? Warum greift ihr hier nach hinten? Da ist doch nichts. Es tut mir so leid, mein Freund. Tja, da kann man nichts mehr machen. Tut mir leid, Logan. Los jetzt. Wir haben etwas zu erledigen. Genauso ist es, Jungs. Joe. Wir haben Kahn verloren. Wir haben ihn umgebracht. Tut mir leid, Logan. Ich schicke die Polizei, damit sie sich um Kahn kümmert. Ich habe den Hauptsender der Tangos gefunden. Ich brauche Jungen, damit er mich in das System einklingt, damit wir ihre Operation verhindern können. Ganz nah im Theater des Casinos. Oh, oh. Ihr könnt es auf dem BID sehen. Irgendwie ist das nicht besonders gut gelaufen hier. Okay, wir sollen jetzt Informationen beschaffen. Irgendwo da drüben schießt es doch. So, guck mal mal hier rein. Da oben links. Oh, da. Keine Ahnung, haben wir erwischt. Na, da oben. Jawohl. Der musste weit fallen. Oder besser gesagt, tief fallen. Nicht weit. In Position. Oh, da oben sind ja ganz viele, Mann. Okay, versteckt euch mal dahinter. Und dann nehmen wir den mal ein bisschen unter... Oder eine Granate. Das könnte natürlich auch helfen, ne? Oh, das treffe ich bestimmt nicht. Oh, doch. Ein Stückchen höher noch. Komm schon, geh hoch. Oh, Mann. Geht's runter. Der hat gesessen. Genau, kommt der Nächste, bitte. Wo sind sie denn hin? Jetzt sind sie weg. Meine roten Pünktchen da oben sind weg. Boah, jetzt nebeln die alles ein hier. Tja, wir sehen halt nicht. Ich werd jetzt einfach mal meine Jungs da hochschicken. Und ne Blendgranate hochschmeißen. Da hinten ist auch noch einer. Na, das war ja mal gar nichts. Ja, das war mal gar nichts. Aber wie soll ich da jetzt hochkommen? Das ist ja... Das hat ja mal gar nicht funktioniert hier. Ich glaub, ein Hammer. Oh. Sehr gut. Aber es sind immer noch drei. Das gibt... Das nimmt kein Ende da hinten, ne? Aber was soll's? Hoch müssen wir jetzt. Was ist los? Oh, triff halt irgendwas. Okay, das ist ja echt ne richtig beschissene Stelle da oben. Wie soll man das machen? Die Brezeln dann doch sofort um, wenn man da hoch geht. Hm. Beim ersten Mal sieht man nix, ne? Oh, die sind überall. Oh, da hinten. Bitteschön. Jawoll, der fliegt. Keine Ahnung, haben wir den erwischt? Jawoll, den haben wir. Der hängt da mit dem G. Krieg gleich erstmal rüber. Den haben wir. Oh, jetzt kommen sie. Der hat seine Granate fallen lassen, der Dödel. Die sind aber auch relativ dämlich, ne? Stellen sich alle da oben an die Leiter. Und sterben alle eine nach dem anderen. Ey, was schmeißt der jetzt die Granaten runter? Ah, wie soll ich das jetzt machen? Nein, 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 so nicht. Das ist eigentlich der da oben, der... Das wird dermaßen nervt. Tja, wir sollten einfach mal ein bisschen vorrücken hier. Am besten bis dahin. So, wie Jungs. Wie man ihn aber auch nicht trifft, ne? Da hilft nur eins. El Granados. Oh, oh. Ah, geh hinter den blöden Balken hier. Okay, den oben rechts, den haben wir erwischt. Aber hier links ist noch einer. Mindestens einer. Wahrscheinlich sogar mehr. Den haben wir. Tja, aber ob es das jetzt wirklich alle waren. Hier können wir doch auch hoch an dem Ding. Wir nehmen mal den Weg. Wenn hier drüben noch welche sind. Was flattert denn da jetzt rum? Das ist nicht verkehrt. Das hätte man wahrscheinlich vorher auch machen sollen. So, jetzt kraxeln wir mal hier hinterher. Hallihop. So, ihr sichert das mal, falls da wieder irgendwelche nachspawnen. Kann ich von hier drüben nochmal ein bisschen reinbratzen. Oder sowas. Ja, Jungs, dann nicht einfach weiterrennen hier. Das ist doch Schwachsinn. Ist auch geil. Drehen sich rum, grönen ihn an. Äh, da ist wer und gehen weiter weg. Genau das wusste ich. Also ich hätte es ahnen können. Genau, wissen tate ich es nicht. Aber, dass hier noch irgendwelche spawnen und mir dann das Leben zur Hölle machen. Ach, das sind doch noch zwei. Okay, ein Hammer. War es das? Ich vermute es beinahe. Jawohl, das war's. Ich gehe mal nochmal Granaten auffüllen. Na, das läuft doch einigermaßen. Na gut, dass wir da hinten hinten hochklettern können. An dem Seil. Das ist ja eigentlich irgendwie klar. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist immer doof, dass er hier den Schalldämpfer mal wieder abbastelt. Warum denn das? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Checkpoint. Müssen wir hier irgendwas machen, oder wie? Ne, es geht da hinten weiter. Das sieht doch mal wieder ein bisschen größer aus. Und wie groß das aussieht. Da hinten patrouilliert schon einer. Das Ding ist eben, wenn er hier dran vorbeikommt, genau wie jetzt. Ach, komm jetzt. Los, hin da. Da hinten ist doch einer, oder? Ich weiß es nicht. Alter, lalala, wer schießt denn da drüben so? Okay, ich sehe erstmal gar keinen. Mal mal ruhigen. Ihr lenkt die mal schön ab hier für mich. Ach, der kommt nicht weiter. Und hab. Oh, die kommt von hinten. Habt ihr das gesehen? Da ist einer angeflitzt gekommen. Ich glaube, das war es schon wieder für mich. Schaffe ich doch nicht alleine. Mal zu, nicht, dass wirklich noch einer kommt. So, du Arsch. Hier drüben ist noch einer. So. Scheiße, der hat eine Granate geschmissen, oder? Boah. Hi ihm. So, jetzt wird einmal geblendet hier, Freunde. Wo ist denn der Sack? Eins vorrücken. Da kommt hier drüben lang. Da ist er. Jawoll, ihr noch mal. Sehr gut, sehr, sehr gut, Freunde. So geht das. Hallo. Da müsst ihr hin. Und das sieht doch eigentlich nicht schlecht aus hier, oder? Das hat doch was. Oh, jetzt müssen wir ja weiter bratzen. Oh, scheiße. Ist der noch da? Nee. Aber da ist ein MG. Ach, das war das wahrscheinlich, was hier alle umgededet hat. Also alle, meine beiden Jungs. Ich habe aber wieder gut alle Granaten ausgeschmissen hier, ne? Viel ist nicht übrig geblieben. Das ist doch viel zu ruhig hier, oder was? Ah, 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 ah. Na, sehr schön. So, mal ein bisschen Sperrfeuer hier reingeben. Das bringt ja mal gar nichts. So eine Kacke, ich sehe es halt auch noch nicht mal, ne? So, jetzt mal eine Blendgranate für alle. Nee, gab es nicht. Shit, die hat sich schon wieder gewechselt. Oh, Mann, ey. Der hat aber... Irgendwie nimmt er nur mich aufs Korn. Ich glaube, wir haben... Ich weiß es nicht genau. Jetzt gibt es nur die Blendgranate hinterher hier drüben. Sehr gut. Jetzt bis... Bis zur Mitte vorrücken. Einmal kreuzen, Jungs, bitte. Da, Mann. Okay, den haben wir. Irgendwo rechts. Shit. Okay, nochmal nachladen. Falls ich veraime. Was durchaus vorkommen kann. Wo ist der denn jetzt hin hier? So, einfach mal reingeholzt. Boah, wie viel sind das denn? Kommt jetzt vor. Da oben kommt noch einer. So, jetzt schneiden wir einfach mal den Weg hier ab. Okay, ihr geht rechts rum. Ich gehe links rum. Hätte schon wieder eingeschrien. Und, wie sieht es aus, Jungs? Halleluja! Da kamen aber mal ein paar ordentliche Gegner an. Zumindest von der Masse her. Von der Intelligenz waren sie ja nicht die Hellsten. Aber die hätten uns das Leben auch wesentlich schwerer machen können hier. Sind wir nochmal ganz glimpflich davon gekommen. Ach, es war schon krass. Also das MG, das hat unsere beiden Recken da aber ordentlich umgeniedet. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Vielen Dank.